Hey Kenners, was geht bei euch? Willkommen zu einer Runde. Oh fuck, sind hier viele, Mann. Das wird der verschissene Monsterkill jetzt. Buy me, bitches. Nein, er neifen mich. Seit wann kann man hier neifen in dem Puff? Oh fuck. Klick, klick, klick. Oh fuck. Scheiße. Ich werde so niedergenudelt. Nein, 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 nein. Ich gehe noch eins weiter. Da oben läuft auch einer. Nackt. Was ein geiler Start hier. Bitte sei hier nicht drin. Oh, scheiße. Go away, bitch. Go away. Oh mein Gott. Das ist kein guter Start. Shit, shit, shit. Ich bin schon so gut wie tot. Ich bin gerade hier oben. Er frackt mich weg aus 8 Kilometer Entfernung. Seine Mutter hat gerade eben irgendwie angefangen zu lügen, glaube ich. So, Runde 2. Einerlei. Spaß dabei. Jawohl, hier ist schon mal niemand. Komm, nicht zu mir geflogen, du Drecksack. Das ist meine kleine, aber feine Geschichte. Ja, okay. Verpiss dich. Uh, woop. Boah, hineingeflogen. Grazil, wie ein Storch. Die schnelle Taktik eben war schon nice, mit den Gegnern da direkt zu landen. Aber dann halt... Hinter mir ist einer. Schön, könnt ihr was gehört. Jawohl. Was haben wir denn da? Uh. So, bin ich jetzt etwa am Drücker? Monsieur Kotwurst. Und wie sieht die Map aus? Aha, okay, okay. Alles in allem ist die Map schon groß. Also so ist es nicht. War kein Backpack. Da, guck mal da. Ich spreche davon, schon ist der Backpack am Stissel. Naja, okay. Also wir sollten... Wir könnten jetzt Richtung C2 gehen. Also einfach nach Westen schlappen. Weil es so ein bisschen aussieht, als könnte es... Es hat das Potenzial zum Mittelpunkt. Da ist einer. Mal gucken, ob ich jetzt direkt einen legen kann. Der hat doch schon ordentlich gefressen. Lügt mich nicht an. Er legt mich? Fucking lächerlich. So, last try, Kinders. Jetzt muss es aber echt mal hier. Oder nicht? Doch, doch. Auf jeden Fall. Es ist bei euch auch oft so, dass die erste Runde, der erste Versuch, den ihr macht, dass es immer gut läuft. Danach ist es irgendwie scheiße. Wo ist mir der Sack gerade eben runtergegangen? Da vorne? Jawohl, Weste. Die hat der Sack wahrscheinlich angehabt, dass er mich so penetrieren konnte. Jetzt wird jemand geneift. Natürlich sehr bitter, ne? So, AK. Ne, ein Vieh und ein Helm. Da vorne sind zwei Stück. Da ist noch einer. Ich werde versuchen, close an den Rand zu gehen. Anstatt jetzt auf Range irgendwie zu machen. Also, Walnut ist schon angesprochen. Er meint, dass die Beschussverhalten komplett anders wäre. Ich weiß, dass die... Dass das Damage natürlich jetzt anders ist hier, weil man ja auch... Er hat eben mit der Pump gekillt. Ist ja wahnsinnig. Weil man ja auch nicht so schnell sterben darf. Sonst würden die Bandagen ja sinnlos. Ich gehe jetzt gegen einen, close. Der eine Pump hat. Hoffentlich ist das eine gute Idee. Leider. Na also, er hat nämlich mal eine Pump gehabt. Sehr schön, sehr schön. Aber wo ist der Schrotflinten-Heini? Ich traue mich jetzt nicht, den zu looten, den anderen. Dahinten ist noch was. Ach, egal. Trotzdem erstmal looten. Erstmal looten. Vielleicht hat er was Gescheites dabei. Ja, guten Rucksack. Lass ihn direkt da reinziehen. Ah ja. Ich will jetzt an den noch rangehen, der da hier ist. Close. Fuck, da links ist auch noch einer. Okay. Jetzt stellt sich gleich raus, wie gut der Sound ist. Also, wie stark man hier dann doch die richtige Richtung hört. Es klang so nach hier vorne. Und der ist da. Aber der andere ist links. Das höre ich auf jeden Fall. Okay, der M4 hat gewonnen. Der wird der M4. Das heißt, ich muss zu ihm. Die Frage ist, ob er jetzt looted. Also, ich sage, geht da einfach gerade drauf zu. Oder schleichen fehlt mir ja gerade. Also, im Stehen schleichen. Dieses Rennen-Feature ist ja eh noch nicht so ganz das Wahre. Dann hätte ich lieber das Schleichen gelassen. Wo war der? Wo war der jetzt? Also, er war auf jeden Fall close. Los, hier in der Ecke. Ich schaue gleich mal kurz auf die Map. Oh, okay. Da ist ja eine gestorben. Fuck! Wow. Kurz auf die Map gucken. Alles klar, wir sind noch drin. Q, könnte ich Bandages nehmen. Mal schauen, was die so bringen. Ach, das fühlt sich dann einfach nur langsam. Ja, genau, das fühlt sich. Er sieht mich und gibt mir. Wow. Nein, 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 nein. Scheiße, ich kann mich nicht mehr heilen. Das ist echt ein Drecksack. Heide, naja. Es hat gerochen, dass ich schon ordentlich gefressen habe. Ich habe mich verstecken sollen irgendwo. Ich wollte diese Pan-Killers nehmen. Keine Ahnung, was die bringen. Habe ich sie genommen? Ich habe auf zwei gedrückt. Ich glaube, es ist nichts passiert. Pan-Killers wollte ich nehmen und Bandagen, aber es ging nicht mehr. Mann. Aber es ist echt edel. Also, gerade diese schnellen Spiele machen sehr viel Spaß. Dieses Rumwarten bzw. über die Map rennen ist aufgrund dieser, zumindest bei mir noch defekten Renntaste, eher lästig. Deswegen macht es schon echt Spaß voll, in die Action reinzugehen. Das war es mal fürs Erste. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, sagt es eurer Mutter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Farewell. Farewell.